Grüßt euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Test Black Ops 3. Heute noch ein letzter Einblick in die Kampagne. Wir haben momentan den Informanten den Maulwurf gefangen und wir dringen jetzt in seine Gedanken über dem Chip in seinem Hirn ein. Und was da drauf steht, erfahren wir jetzt. Seltsame Bilder. Wenn du die DNI erfahren hast, hat die ZSK Wochen gekostet. Was sag ich wohl als nächstes? Ergebnis, Zug explodiert. Gut, dass du schwere Entscheidungen treffen kannst. Wir sollten fortfahren. Das wird sicher auch jemand mal bei uns probieren oder so. Stell ich mir zumindest vor. Aber wir werden dann hoffentlich nicht sterben. Ist jetzt nur eine Vermutung, aber... Oh, shit. Wir sind unter schwerem Beschuss! Wo bleibt die Verstärkung? Die ZSK haben die Terroristen zu dieser Position verfolgt. Hätten sie besser nicht getan. Immer noch da, was? Hab mit dir erst gewettet, dass du längst tot bist. Der Witzbold ist Peter Maretti. Er wird dir klar machen, was du jetzt für ein knallharter Scheißkerl bist. Zu dumm, dass uns das letzte Puzzleteil noch fehlt, wie sie den Sprengstoff in den Zug geschafft haben. Damit du's weißt. Wenn das vorbei ist, schuldest du mir was. An die Arbeit. Wie du weißt, gehörtest du den Vorteilen der Black Ops, die neuesten experimentellen Waffen zu nutzen. Feuerwaffen sind sehr nützlich während des Kampfes. Aber mit dem DNI? Deine Gedanken sind die stärkste Waffe. Richten wir Schaden an. Okay. Ich kann das aber nicht machen. Egal. Du hast eine neue Cyberfähigkeit. Kernfeuer. Probier das mal bei diesen Feinden da vorne. Der größte Spaß, den man mit angezogenen Hosen haben kann, was? Wir haben Kontakt. Wo? Wo? Hab ich das grad gemacht oder ist da irgendwas explodiert? Stirb. Ja. Wie kann ich zwischen diesen einzelnen Dingern eigentlich wechseln, zwischen den Fähigkeiten? Hä? Oh, hier. Okay. Aber scheinbar hab ich momentan nur das. Haha. Aber ein paar Kugeln tun's auch. Stirb. Haha. Uh. Achso. Jetzt wollte ich cool sein und mich umdrehen, aber das hat nicht funktioniert. Kann ich das bei mehreren gleichzeitig machen? Bei beiden zum Beispiel? Nee. Huuuuh. Oh, das hat wehgetan. Bumm. Ach, du kommst nicht umdrehen. Von anderen Kernsystemen wählst du deine Ausrüstung. Nutze diese Systeme, um beim Feind einen taktischen Vorteil zu gewinnen. Wie jetzt? Okay. Ich hab eine zweite Cyberfähigkeit in deinen Kern geladen. Glühwürmchen. Ein Schwarm brandstiftender Nanobots. Setz sie frei und du wirst sehen, wozu sie fähig sind. Okay, mach ich. Wenn ich irgendwen sehe. Achso, das ist direkt vor mir. Das ist ein Scheiß-Ende. Es explodiert. Ohoho. Hehehe. Penner. Auf die Kauleiste. Schmeckt meine Würmchen hier, Penner. Das wäre nicht irgendwie seltsam, Mann, aber... Aber es stimmt. Hehehe. Hehehe. Wunderbar. Habe ich eine andere Waffe eigentlich auch außer das Gewehr? Nimm Pistole, okay. Haha. Ah. Hehehe. Schmeckt euch das, ihr Penner? Ja, ich hab noch keine Fähigkeit mehr. Mehr wieder. Ich würde gerne da hinten, aber das geht noch nicht. Erst jetzt. Huh. Stirb. Kann ich mit den Würmchen eigentlich auch die Typen da hinten platt machen? Achso, warum lade ich so ständig nach? Ich mein... Hack mich. Yeah. Gut. Bisschen nachmunitionieren. Und jetzt hier ein bisschen hacken. Schade, dass das Hacken kein so eine Art Minispiel hat. Ein kleines zumindest. Sie setzen Rauchgranaten ein. Wenn du zur verbesserten Sicht wechselst, bist du im Dunkeln oder Rauch nicht mehr blind. Denkung, Denkung! Wie wär's damit? Jetzt musst du dir nie mehr Sorgen darum machen, was im Dunkeln lauert. Jo. Äh, hört sich ganz gut an. Uh. Irgendwer schießt. Feindliche Bots kommen durch die Wände! Okay, ich wollte jetzt eigentlich was anderes machen, aber... Achso, das sind auch ein paar von denen. Die Schreie von den Glühwürmchen. Opfern. Ihr Opfer. Ja, wer... Seit Call of Duty 4 wissen wir, zur Pistole wechseln ist schneller als nachladen. Vor allen Dingen, wenn man so ein Gewehr hat. Mach so weiter! Haha, schmeckt meine Würmchen. Inhaliert sie! Ihr Penner. Nee, he 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 he. Nee, he he he. So. Gehen wir auch ein bisschen alternative Wege, denke ich. Die Party ist noch nicht vorbei. Bewegung! Ja, ja, Mr. Meerrettich. Hä? Warum kann ich nicht... Ausat doch den Waggon! Verleg sie! Oh, ich könnte doch hier gerade irgendwas machen. So, hier. Oh. Bam! Ja, ein bisschen Ausweitung hat das schon. Ich seh' dich! Was? Was für eine Störung? Holy shit! Kommt einfach mal Feinde herum! Shit! Shit! Jetzt geht's los! Huh! Hier ein bisschen Deckung. Fuck, ist das ein... Ach, Merretti. Okay. Ja, da hinten. So macht man das! Ja, diese Powers sind zwar... Haha, der... Der ist schon durch meine Glühbirnchen verreckt. Oh! Oh! Oh, shit! Die Viecher sind schon fast gruselig. Ja, sterbt. Ich frage mich, ob die auch die... Ob die auch die Roboter angreifen können. Wäre nämlich echt lustig. Aber scheinbar nicht. Ah, fuck. Ist noch nicht verfügbar. Langsam gefällst du mir. Hast du grad meine Glühbirnchen überlebt, du Penner? Das ist auch ein Satz, den man im Normalfall so nicht sagt, denke ich. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob Glühbirnchen Leute umbringen können. Ich schätze es aber nicht. Huh? Wo? Hä? Hier war doch grad einer. Oder auch nicht. Oh! Anscheinend sind sie hierdurch in die Wasseraufbereitungsanlage gekommen. Mir nach! Moment, wo bist du? Hier unten, glaube ich, irgendwo, oder? Ich fühle den so leicht aus den Augen. Oder... Sieh besser den Kopf ein. Du bist hart, aber nicht unsterblich. Eine Kugel im Kopf bringt dich zu deinem Schöpfer. Alles klar. Boom. Haben die Glühbirnchen erreicht? Eine Reichweite, oder... Sind die wirklich sehr weitläufig? Ich probiere es mal. Weil wenn die wirklich relativ begrenzte Reichweite haben, machen die jetzt gleich gar nichts. Jetzt können wir kämpfen. Ah, ne. Ne, ne. Die haben scheinbar immer drei, vier Leute als Opfer dann. Dann kümmere ich mich am besten um die Bots. Und... Die Menschen überlasse ich mein Würmchen. Okay. Okay. Ähm, 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 ähm. Die. So. Wunderbar. Huh. Oh, lullo. Oh, lullo. Oh, lullo. Du kannst ausweichen, du kleiner Penner. So, falls da irgendwer ist. Stirb. Huh. Du, du. Sehr gut. Oh, wo ist noch einer? Wo denn? Oh, so einer. Wow. Die halten ein bisschen mehr aus. Aber wir haben's gleich. Wir haben's gleich. Wir haben's gleich. Huh. Da ist noch einer. Ah, stirb. So. Und jetzt? Hallo? Alter, meine Glühwürmchen! Mach was! Dankeschön. Das war in letzter Sekunde. Kann ich dich noch? Schrei nicht so. Tut gar nicht so weh. Ist doch noch viel mehr. Was ist das für ein Ort? Hier. Es ist alles passiert. Der Computer da drüben sollte Aufschluss darüber geben, wie sie den Sprengstoff reingebracht haben. Los, verbinde dich. Machen wir doch gerne. Die Roboter. Sie haben die Roboter gehackt. Sie haben den Sprengstoff reingebracht. Die Roboter. Moment, das heißt... Versteh ich jetzt nicht ganz. Weißt du, was ironisch ist? Eigentlich hat der Angriff der Terroristen die Entwicklung der VR-Neural-Netzwerk-Initiative beschleunigt. Ohne die Angst vor Angriffen wie diesem hätten wir... ...wahrscheinlich nicht mal das Cyber-Soldaten-Programm. Augenblick. Es ist 7.25. Du hast etwa 5 Minuten. Du warst schon mal hier, Neuling. Mal sehen, ob du die Geschichte ändern kannst. Alle Roboter sollten als feindlich gesehen werden. Glaub mir. Sie sehen dich auch als Feind. Niederschlag ist eine weitere Cyber-Fähigkeit von dir. Probier sie mal bei diesen Bots aus. Okay. Für einen Niederschlag, okay. Also Nahkampf bei einem Roboter. Achte auf deine Flanke. Sie kommen durch die Fenster. Ja, super. Eine Schrödinger und eine... Okay, stirb. Wow. Kommt, Mensch. Komm um die Ecke. Oder ich komm zu dir. Ja. Warm. Der muss sich auch nicht aufladen, Gott sei Dank. Aber bei mehreren ist das nicht so klug. Und die Typen kümmert es gar nicht, dass ich jemanden töte. Pass auf die Zivilisten auf. Okay, sorry. Du wirst mir etwas zu unvorsichtig. Das ist eh nur eine Simulation. Bam. Üps. Du hast den Niederschlag raus, denke ich. Ich kann mich sogar ein bisschen nach vorne teleportieren. Warnung. Der Zug wird abgeriegelt. Dies ist keine Übung. Bitte gehen Sie zunächst sicher im Ort und warten Sie auf weitere Anweisungen. Nice. Ach so. Ähm. Ich will da raus. Hier. Warnung. Der Zug wird abgeriegelt. Dies ist keine Übung. Bitte gehen Sie zunächst sicher im Ort und warten Sie auf weitere Anweisungen. Ich will hier eigentlich raus. Ach so, danke. Uh. Das ist sehr nett. Feinde klettern an den Seiten hoch. Bitte gehen Sie zu dem Ort und warten Sie auf weitere Anweisungen. Ja. Er lebt noch so halb. Warnung. Stirb. Nutze die Erschütterungswelle, um mehrere Feinde gleichzeitig auszuschalten. Erschütterungswelle, okay. Alle Achtung, Neuling. Nice. Ich sterbe jetzt durch die letzten Rett... Fuck, da war noch einer. Aber okay, Erschütterungswelle ist scheinbar so ein Forward Punch. Feinde klettern an den Seiten hoch. Nutze die Erschütterungswelle, um mehrere Feinde gleichzeitig auszuschalten. Okay, mach ich. Huah, ihr Penner. Hast du gesehen, wie das die Scheißkerle umgehauen hat? Ja. Find ich cool. Der Neuralen-Netzwerk-Prototyp befindet sich im Waggon direkt unter dir. Er könnte durch 6 Zoll 10-Tier geschützt sein. Aber das ist gar nichts, wenn die Bombe hochgeht. Du beheilst dich wohl besser. Ja, diese Schläge sind echt nice. Huah. Oh, die Reichweite ist doch nicht so groß, wie ich gerade dachte. Aber der Punch ist geil. Der Punch ist vor allen Dingen geil, weil er nicht aufladen muss. Geil. Schöner Niederschlag. Direkt ins Schwarze. Direkt in seine hässliche Roboter-Fresse. Rücke weiter vor. Du bist fast beim Sprengsatz angekommen. Was ist das hier? Ach so, eine Munitionsküste. Holen wir uns mal. Oh. Stirbt! Nein. Nicht ich. Ihr. So typisch ich. Große Klappen, wenig dahinter. Oh nein, der lebt noch. Warum lebst du noch? Ach so, das ist der da hinten, der mich zerstört. Ach, weiß ich was. Leck mich. Eine Granate tut immer gut. Oh, das ist auch ein elektromagnetischer Puls. Hübsch. Du hast den Niederschlag raus, denke ich. Jo. Ich muss schauen, dass ich die Folge nicht zu lang mache, weil es macht halt so Spaß, dass ich irgendwie überhaupt nicht auf die Zeit schaue. Irgendwie entschärfen. An dem Ding ist eine Bombe. Wenn ich es hecke, wegschaffe oder den Waggon losmache, wird es hochgehen. Das ist zu viel. Selbst mit einem Computer im Kopf. Zu wenig Zeit. Es ist eigentlich ganz einfach. Moment. Das ist eine Magnetschwebebahn. Wenn ich für diesen Waggon die Polarität umkehre. Ja. Ja, aber somit bist du tot. Du hättest es nicht aufhalten und vom Zug verschwinden können. Dein DNI kann dir alle Optionen zeigen. Aber nur du kannst entscheiden, zu welchem Opfer du bereit bist. Manchmal muss man einfach loslassen. Taylor, wie geht's dem Patienten? In Umständen entsprechend. Ich erwarte mehr. Das ist doch wohl klar. Willkommen zurück. Du wirst für die OP vorbereitet. Alles wird gut. Hendricks wurde bei der Mission nicht mal verletzt. Er hat sich freiwillig gemeldet. Yeah. War das jetzt die zweite Mission? Ja. Durch den vermehrten Einsatz von Drohnen und Kampfrobotern muss man immer weniger auf menschliche Infanterie zahlen. Zurückgreifen. Wie ich schon sagte, zu diesem Zeitpunkt haben wir dazu nichts weiter zu sagen. Wir suchen weiter nach diplomatischen Verhandlungsmöglichkeiten. Das WA leugnet Truppen in die Region geschickt zu haben und beharrt auf der Suche nach einer diplomatischen Lösung dieser PAD-Situation. Wir stimmen uns mit unseren Verbündeten ab, um an allen erforderlichen Stellen taktische Hilfestellungen zu leisten. Wie lange machen wir das jetzt, Hendricks? Fünf Jahre. Grob geschätzt. Könnte hinkommen. Denkst du je an das nächste Ziel? Nope. Du kennst mich. Ich lass mich bloß treiben. Alter, geil. Aber ganz ehrlich, das war jetzt die zweite Mission und ich habe schon gelesen, es gibt zwei Kampagnen mit je zwölf Missionen. Also, ich glaube, das Spiel ist wirklich sehr, sehr lang. Wer das sehen möchte, was ich gemacht habe oder so, kann das ja gerne sehen. Parcours-Auszeichnung, okay. Ähm, ne, wir können noch ein bisschen, denke ich mal. Okay. Level 3. Schaffen wir noch Level 4? Wahrscheinlich ja nicht. Doch, okay. Ganz easy, Level 4. Level 5? Na sicher. Was, ist das ein Herz mit einem Messer drin? Okay. Gut, da sind wir einfach mal 4 Level oder 3 Level aufgestiegen. Gut, und ich würde sagen, die nächste Sequenz und ein bisschen vom nächsten Level zeige ich euch noch. Was? Habe ich jetzt keinen Ton? Outfits? Hä? What the fuck? Kleiderschrank? Helm? Ohne Helm? Ah, das schaut Arsch aus. Was ist das? Prototyp? Undercover? Blackout? Hm? Blackout oder Undercover? Weil das gefällt mir nicht so super. Nehmen wir mal Undercover und Charakter. Achso, ne, den Charakter möchte ich nicht ändern. So, was ist das jetzt hier? Datentaser? Datentaser habe ich, wollte ich gerade sagen. Wurscht. Das ist hier unser Hauptquartier, oder was? Hey Hendricks, wo sind wir nochmal? Singapur. Einer meiner Lieblingsorte. Abgesehen von denen, die ich tatsächlich mag. Wir haben einen Termin mit unserem neuen Verbindungsoffizier. In der Quarantänezone. Ach ja. Ja, das ist eine CIA-Operation. Das ist ihr Unterschlupf. Gut, dass du dir's gemerkt hast. Hoffentlich erinnerst du dich auch, was ich davon halte, wenn die CIA jede unserer Bewegungen überwacht. Okay. Okay. Okay, das sind scheinbar so Skilltrees oder so. Chaos, Panik, Irreführung. Kernfeuer. Ähm, das sind scheinbar die einzelnen Dinge, die wir machen können. Rauchwand, Kernverwüstung war, glaube ich, sehr nice. Freischalten? Ja, freischalten bitte. Ferdigungsquid. Ach, haben wir das schon, okay. Gut und Kernfeuer, das war nämlich auch nett. Blenderschwarm, ja, das war auch cool. Antipersonenschall. Moa. Hier können wir noch nix machen. Und da. Fernübernahme. Ach ja, genau, das war auch nett. Protokoll, ah, wurscht. Pass, erst mal. Ach, das tun sie doch immer, Handbrakes. Das, das müsstest du eigentlich wissen. Echte Mission. Ich glaube, du entwickelst dich nur zu einem garantigen alten Mann. Missionsdaten, okay, schauen wir uns mal kurz an. Äh, zu erwartende Gefechtsdistanzen, hauptsächlich mittlere Distanz, kaum lange Distanz, okay. Das finde ich nice, dass man es sogar schon ein bisschen planen kann. Wie gesagt, ich denke, Taktik ist sehr wichtig hier. Oh, hier, Quaker, genau, Missionen. Black Ops, Neuland, Undercover und da kommen dann noch einige andere. Die Ziele, die Ziele, die Titel sehen wir hier schon. Das sind aber keine zwölf Missionen, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf oder zwölf, keine Ahnung. Ich habe jetzt echt schnell durchgezählt. Naja, gut. Dann zeige ich euch jetzt noch mal ein bisschen was von der Mission, oder? Nee, 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 ich würde sagen, das waren so mal die Einleitungsmissionen. Und, ja, das nächste Mal bei Let's Test Black Ops 3 werden wir uns dann drauf machen, den Zombie-Modus ein bisschen unter Begutachtung zu nehmen, mit zwei oder drei Parts. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Test, beim nächsten Let's Play, oder dann im Zombie-Modus. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.